Nach dem Tod eines Fans bei einem Konzert von Taylor Swift in Rio de Janeiro hat die US-Sängerin nun einen weiteren Auftritt in der brasilianischen Millionenmetropole wegen einer extremen Hitzewelle verschoben. Die Sicherheit und das Wohlergehen meiner Fans, meiner Kollegen und Teammitglieder stehen immer an erster Stelle, das schreibt die Musikerin auf Instagram und zeigt sich tief erschüttert. Bei dem Konzert von Taylor Swift am Freitag war eine 23-Jährige kollabiert und später im Krankenhaus verstorben. Konzertbesucher berichten, dass sie trotz Temperaturen von über 40 Grad daran gehindert wurden, Wasserflaschen mit ins Stadion zu bringen. Untertitelung des ZDF, 2020